Herzlich Willkommen bei uns EDH Deck Tech featuring Yuriko The Tiger's Shadow. Ich bin ein Freund von Marc, mein Name ist Jan. Das kannst du dann umdrehen. Ich war echt froh, als er mich gefragt hat, ob ich Lust habe, mein Yuriko Commander Deck vorzustellen. Yuriko war mein allererstes Commander Deck, was ich jemals gebaut habe, vor circa zwei Jahren. Ich habe es seitdem immer beibehalten, immer weiter meiner Playgroup angepasst und mit Abstand mein absolutes Lieblings Deck, weshalb ich froh bin, euch das jetzt ein bisschen näher bringen zu können. Als erstes schauen wir uns Yuriko an. Yuriko The Tiger's Shadow. Yuriko ist eine 3 Mana Kreatur für Blue, Black und ein farbloses Mana und hat eine sehr einzigartige Fähigkeit, nämlich Commander Ninjutsu. Für Blue und Black können wir Yuriko entweder aus der Command Zone oder von der Hand gegen eine ungeblockte Kreatur austauschen. Darauf basiert das komplette Deck und die komplette Strategie, mit unseren Ninjas durchzukommen und Schaden zu machen, um Yurikos Trigger auszulösen. Yuriko hat den Trigger. Whenever a ninja you control deals combat damage to a player, reveal the top card of your library and put that card into your hand. Each opponent loses life equal to that cards converted mana cost. Soviel zum Commander. Auch sehr spannend, es ist eine Judge Foil mit einer Judge Hülle, weil ich Judge bin. So kommen wir jetzt als allererstes zu der spannendsten Sache, nämlich der Land Base. Wir spielen in dem Yuriko Deck so wenig Länder wie möglich, weil wenn Yuriko triggert, ärgert man sich, wenn man Land aufdeckt und null Schaden auf alle Gegner macht. Aus diesem Grund war Syndica Rising insofern ein Segen für das Deck, weil wir haben diese hübschen neuen Länder bekommen, die auf der Vorderseite ein Spell sind und auf der Rückseite, ich zeig's mal kurz, kann man die für die Kosten von drei Leben als Land untapped entern lassen. Das heißt im Early haben wir die Möglichkeit, das als Land zu spielen und später im Spielverlauf ist es eine tolle Sache, wenn man Seetors Restaurierung für ganze sieben Mana aufdeckt. Ich meine, es ist am Anfang nur Land und dann auf einmal boom, sieben Schaden an alle. Hat den Effekt, wenn wir es dann später mal casten wollen, ziehe so viele Karten wie du auf der Hand hast plus eine. Du hast für den Rest der Partie keine maximale Handkartenzahl. Wer Yuriko spielt, wird merken, es kommt echt häufig vor, dass wir über die sieben maximal Hand Size kommen und dann sind solche Karten echt ein Segen. Weiter geht's mit der anderen Karte aus Seneca Rising, Agadim's Awakening. Das ist ein Black 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 X-Spell, eine Sorcery, Returned from your Craver to the battlefield any number of target creature cards that each have a different converted mana cost X or less. Das ist ganz nett, zum Beispiel, wenn wir im Laufe des Spielverlaufs unter ein paar Board-Vibes leiden. Hier, das ist eine Karte, da können wir uns echt viel Zeug aus dem Friedhof wieder zurückholen, um wieder ins Spiel zu finden. Hat auch den Vorteil, im Early spielen wir das einfach die Rückseite als Land für die Kosten von drei Leben, dass es untap kommt und später, wenn wir es aufdecken durch Yuriko Trigger, machen wir Schaden. Dann spielen wir alle Fetchlands, die Sinn machen in unserem Deck. Aus folgendem Grund, für jedes Fetchlands, was wir tappen und uns ein anderes Land aus dem Deck heraussuchen, mindern wir die Chance oder die Möglichkeit, mit den Yuriko Triggern Länder aufzudecken, was großartig ist. Aus diesem Grund spielen wir insgesamt acht Stück. Wir haben einmal den Mystery Rainforest, tap, pay one life, sacrifice Mystery Rainforest, search your library for a forest or island card, put it on the battlefield, then shuffle your library. Da haben wir den Mystery Rainforest, Bloodstained Mire, die Marsh Flats, auch ein weiteres Fetchland, genau wie Flooded Strand, die Verdant Catacombs, Secret Lay Edition, Scalding Tarn, Polluted Delta, Prismatic Vista, fetch nur Basic Lens raus, aber ist trotzdem ziemlich gut, weil es auf jeden Fall untap kommt und die Fabled Passage. Fabled Passage ist die schlechteste von unserem Fetchland Set, weil das Land Tap kommt und nur untap wird, wenn wir vier oder mehr Länder kontrollieren. Als nächstes kommen wir zu unseren fetchbaren Ländern. Da haben wir zum ersten eine Usi, ein Vortery Grave, der kommt, tappt, außer wir bezahlen zwei Leben, was wir meistens machen werden, weil Yuriko ist ein sehr oder kann ein sehr mana-hungriges Deck sein und wir spielen schon echt nicht viele Länder. Das heißt, jeder Turn muss sitzen. Dann spielen wir den versunkenen Tarkessel, der kommt nicht getappt, wenn wir zwei oder mehr Basics haben, was solide ist. Wir spielen relativ viele Basics und der Grund dafür ist folgender. Ich hatte zu Beginn wesentlich mehr Doppelländer gespielt und nach einer Zeit ist jedes Doppelland rausgeflogen, das mich insofern enttäuscht hat, dass es zu häufig tappt kommt und wir brauchen unser Mana immer den Turn, indem wir das spielen. Als nächstes haben wir den Morphic Pool, kommt untappt, wenn wir zwei oder mehr Gegner haben, was in Commander kein Problem ist. Den Command Tower, unser Commander Staple Land, tappt für ein Mana von den Colors von unserem Commander Identity, in unserem Fall Blue oder Black. Dann haben wir in wunderschön Judgefall den Reflecting Pool. Der tappt wiederum für ein Land einer Farbe, was ein Gegner kontrolliert, aber auch das sollte in einer großen Commander Partie nie zum Problem werden. Die Drowned Catacombs, die kommen untappt, wenn wir ein Island oder ein Swamp kontrollieren. Mir ist es noch niemals passiert, dass dieses Land tappt gekommen ist. Aus dem neuen Seneca Rising Set, ganz spannend. Die können wir uns zwar nicht rausfetschen, aber die kommen immer auf die Seite, die wir gerade brauchen. Das sind die Clearwater Pathways bzw. Murkwater Pathway. Als nächstes haben wir Shih Tzu, Death Storehouse. Das ist ein Legendary Land, was für Black tappt, aber es ist aus dem Grund drin, dass es für ein schwarzes Mana und tappen einer Legendary Creature vier geben kann. Das bedeutet, wir können Yuriko jederzeit, wenn irgendein Gegner, den wir gern angreifen wollen oder alle Gegner sind schwierig anzugreifen, können wir vier geben und kommen überall durch, außer der Gegner hat halt Artefakt Kreaturen oder schwarze Kreaturen. Ziemlich cooles Land. Dann spiele ich den Turm des Reliquien Schreins. Der hat die nette Fähigkeit, wir haben keine maximale Handkartenzahl, tappt aber leider nur für farbloses Mana. Aber wenn wir irgendwann mal alles ins Rollen bringen und super viele Yuriko Trigger haben, ziehen wir extrem viele Karten. Und da wir nicht ständig immer wieder auf sieben Discarten wollen im Endstep, spielen wir solche Karten, die uns diese Beschränkung nehmen. Dann kommen wir einfach zu 1, 2, 3, 4 Basic Swamps und 4 Basic Islands. Zum Schluss haben wir noch ein Snow-Covered Island aus der Secret-Layer Edition. Sehr hübsch. Den Snow-Covered Swamp, der ist im Moment in einem anderen Deck von mir, der kommt hier aber auf jeden Fall noch rein. Kommen wir nun zu ähnlichen Karten, nämlich Mana Rocks. Das sind Karten, die vermutlich in jedem einzelnen EDH Deck gespielt werden und wichtig sind. Da haben wir den Chrome Mox. Das ist ein Mox, den wir für 0 Mana spielen können, aber der hat Imprint. Das heißt, wir müssen eine Karte von uns auf der Hand imprinten und sie tappt für ein Mana dieser Karte, die wir imprintet haben. In Yuriko wollen wir so viel guten Stuff spielen wie möglich, der am besten auch kostenlos ist. Als nächstes spielen wir eine Mana-Crypt. Für 0 Mana haben wir ein Artefakt, das für zwei Farblose tappt, aber im Upkeep wirfen wir eine Münze. Macht immer wieder super viel Spaß und bringt auch mal gerne Lacher ein, wenn man den Coin-Flip nämlich verliert und drei Schaden bekommt. Hab das schon häufiger mal erlebt, dass jemand aus unserer Runde an einer Mana-Crypt gestorfen ist. Dann als nächstes haben wir einen Soll-Ring. Für diejenigen, die sich wundern, was ist das? Den habe ich gealtert und unten den Text weggemacht. Zur Erklärung der Soll-Ring, tappt für zwei Mana. Quasi genau die Mana-Crypte, nur ohne die Downside, dass wir hier drei Schaden im Upkeep bekommen. Unser vorletzter Mana-Rock ist der Thought-Vessel. Ähnlich wie unser Reliquium-Tower gibt er uns den Effekt, dass wir keine Maximum Handsize haben. Ansonsten ist es ein 2 Mana-Rock, der für ein Farbloses tappt. Zu guter Letzt Arcan Signet, eine mittlerweile EDH-Staple. Für zwei Mana bekommen wir einen Mana-Rock, der für jeglichen Color aus unserem Commander's Identity tappen kann. Kommen wir nun zum nächsten Stapel und zwar unseren Kreaturen. Zur Erklärung, wir wollen so viele günstige Kreaturen mit Evasion, das heißt irgendeine Art von ich komme auf jeden Fall durch wie möglich. Das heißt entweder fliegen oder unblockbar. Und da ist es natürlich sehr angebracht, für Null Mana den Ornithopter zu spielen. Der hat 0,2 und ist fliegend. Dass der keinen Angriffsstärke hat, ist vollkommen egal, weil für unsere Ninjutsu Abilities brauchen wir nur eine ungeblockte Kreatur. Und das ist natürlich ein ziemlich cooler Turn-One-Play, wenn wir mit Ornithopter aufs Feld hauen können. Können dann später, wenn wir einen Yuriko-Trigger haben, in der Memphase 2 einfach den Orni wieder ausspielen und müssen keine Handkarte abwerfen im Endstep. Dann haben wir einen ähnlichen, den Memnite, 0 Mana 1 1, dafür kein Evasion. Den probiere ich im Moment aus. Ich glaube, der wird ähnlich gut wie der Ornithopter, weil eigentlich gibt es immer irgendein Target, was man angreifen kann. Vielleicht können wir hier auch ein paar Politics anwenden, um zu sagen, hey, pass mal auf, lass den durch und ich lasse dich in Ruhe mit meinen fiesen Kontern. Als nächstes haben wir den Triton Shorestalker. Das ist ein Mehrvolk Rogue für einen Blue, der 1-1 hat und unblockbar ist. Dann auch aus dem neuen Set, den habe ich bisher ein einziges Mal ausprobieren können und da war der extrem gut, der Mehrvolk Windrover. Für Blue kriegen wir einen 1-1 fliegenden Mehrvolk Rogue, der den Effekt hat, dass wenn er Combat-Damage macht, muss der Gegner eine Karte millen. Das kann teilweise echt gut sein, wenn der Gegner sich irgendwie Sachen aufstack tut oder so und wir lassen ihn das auf einmal millen. Ansonsten, was für das Late Game ziemlich nice ist, den kann man opfern und eine Karte ziehen, was aber nur geht, wenn ein Gegner mindestens acht Karten im Friedhof hat. Das finde ich ist eine ziemlich überzeugende Ein-Mana-Kreatur. Im Early super, um durchzukommen. Im Late Game okay, dann ersetze ich die einfach mit ihrem eigenen Effekt. Dann haben wir den Assistent des Handwerkers. Das ist ein wunderschöner Ein-Mana-1-1-Vogel mit fliegend. Der hat eine Fähigkeit, die gar nicht so schlecht ist in diesem Deck, nämlich ziemlich gut. Immer wenn wir einen historischen Zauberspruch, das heißt Artefakt oder legendäre Kreaturen spielen, können wir Hesicht 1 anwenden. Und in Yuriko zu wissen, was oben auf der Bibliothek liegt, ist Gold wert. Als nächstes die prophezeiende Fee. Für Blue kriegen wir ein 1-1 Feenwesen, Zauberer mit fliegend. Und er hat einen ETB, das wir Hesicht 2 anwenden. ETBs sind für solche günstigen Kreaturen in unserem Deck umso geiler, weil mit dem Ninjutsu tauschen wir die ungeblockte Kreatur auf dem Board auf unsere Hand aus und können die dann in der Mainphase 2 oder im nächsten Zug wieder ausspielen und kriegen den ETB nochmal. Dann haben wir eine flashy Kreatur, den Spectral Sailor. Für einen Mana kriegen wir einen 1-1 Fliegenden mit Flash, aber der kann für vier Mana eine Karte ziehen, was für ein Late Game ziemlich gut ist. Und was ich auch sehr gerne mit dieser Kreatur mache, ich behalte mir das Mana für Counter oder Removal auf und bevor ich wieder dran bin im Endstep von meinem Gegner, flashe ich die wieder rein und kann direkt wieder attacken. Dann haben wir den Mausoleumswanderer. Für einen Mana kriegen wir hier auch einen 1-1 Fliegenden. Ihr merkt ungefähr den roten Faden hier. Hierbei ist ziemlich cool, dass wir ihn jederzeit opfern können, um einen Spontanzauberer oder Hexerei zu kontern, falls der Gegner nicht X bezahlt, wobei X gleich der Stärke von dem Mausoleumswanderer ist. Ist nicht unerheblich. Kann Leute mal davon abhalten, gewisse Spells oder starke Zauber zu spielen, weil sie Angst haben, dass wir den opfern und dann kontern. Dann auch ein sehr guter 1-Mana-Drop ist der Moth-Dust-Changeling. Für einen Mana kriegen wir einen Shapeshifter, der alle Kreaturentypen hat. Das heißt, er ist auch ein Ninja. Und wir können einen Untapped-Creature, das wir kontrollieren, tappen und dann kriegt er Fliegen bis zum Ende des Zuges, falls das überhaupt notwendig sein sollte. Der triggert also auch, wenn er Combat-Depth macht, Yurikus-Effekt. Dann haben wir die Hoffnung von Girapur. Das ist ein 1-Mana-1-1 fliegende Artefakt-Top der Kreatur. Ist ziemlich cool, die auf der Anfangshand zu haben, weil es dann egal ist, welche Länder wir haben. Wir können ihn opfern und der Gegner, der von dieser Kreatur Schaden bekommen hat, kann bis zu unserem nächsten Zug keine Non-Creature-Speils casten. Was vor allem im Late-Game, wenn wir wissen hier, wir wollen jetzt gleich das Game finishen und es gibt vielleicht die ein oder zwei Kontraspiele oder Kontrollspieler, um die einfach aus dem Game zu nehmen, kann das auch ziemlich, ziemlich wichtig sein. Dann haben wir die gequälte Seele. 1-Mana, 1-1, unblockbar. Dasselbe gilt für die Schlitterklinge, nur in blau. Hier haben wir mal eine 1-2-Kreatur, die nicht geblockt werden kann. Das ist ein Nagerräuber. Wingcrofter, einer der coolsten 1-Mana-Kreaturen, die wir im Early-Scene können, weil er hat Soulbound. Das heißt, wenn er oder andere Kreaturen ins Spiel kommen, können wir die paaren und solange er gepaart ist, haben beide gepaarten Kreaturen fliegen. Das heißt, mit ihm können wir Yuriko mit Yuriko partnern und dann haben beide fliegen, was super cool ist, wenn Yuriko immer durchkommt. Nun kommen wir zu den 2-Mana-Kreaturen. Cloud of Ferry. 2-Mana, eins davon ist. Blau kriegen wir einen 1-1 fliegenden Ferry, der, wenn ein Spiel kommt, zwei Länder enttappt, was super cool ist, weil sie quasi kostenlos gespielt wird. Das ist, wenn ihr so wollt, ein Onythopter, der noch Attack hat. Im Late-Game, falls wir die nicht brauchen, können wir sie für 2-Mana sogar noch cyclen und eine neue Karte ziehen. Dann ebenfalls aus Seneca Rising, ihr merkt, ich probiere hier viele Karten aus dem neuen Set aus, haben wir den Thiefing Skydiver. Den habe ich bisher nur einmal gespielt, da war er Bombe, weil ich mir Mana-Crypt geklaut habe und ich glaube, das könnte eine blaue Staple-Karte werden. Für 2 Mana bekommen wir einen Mehrfolg Rogue mit 2-1. Kicker X, wobei X nicht 0 sein kann, die hat sogar noch fliegend. Und wenn sie ins Spiel kommt, kriegen wir die Kontrolle dauerhaft von einem Artefakt mit Converted Mana-Kost von X oder weniger. Das heißt, wenn wir 0 Mana-Artefakt klauen wollen, wie zum Beispiel Mana-Crypt, müssen wir trotzdem 1 für die X-Kicker-Kosten bezahlen. Aber du kannst da auch einfach einen Sollring klauen. Ich meine, wie fies ist das, wenn in Turn 3 du von irgendjemandem Sollring klaust? Dann spielen wir ein Enchantment, Bitterblossom. Für 2 Mana, davon 1 Schwarz, bekommen wir jede Runde in unserem Abkipp, für die Kosten von einem Leben, ein 1-1 Fairy Rogue Token mit fliegend. Für längere Games kann das vielleicht mal ein bisschen kritisch werden mit dem 1 Schaden, aber wir haben, was ich so mag an der Karte, wir haben jede Runde ganz sicher unser 1-1-Kreatur mit Evasion, die wir im Notfall für einen Jutsu-Karten benutzen können. Aber ganz wichtig, wir haben immer was in der Hinterhand zum Plotten. Weil in Yuriko sind wir sehr aggressiv und werden häufig komplett tapped sein. Das heißt, wir sind natürlich ein leichtes oder können leichtes Ziel für Leute sein. Dann eine weitere Kreatur mit einem super tollen ETB ist der Baleful Strixx. Für Blue and Black kriegen wir eine fliegende Kreatur mit Death Touch 1-1 und wenn sie ins Spiel kommt, ziehen wir eine Karte. Die kann uns im Laufe von einem Spiel extrem viele Karten ziehen. Wenn wir angreifen, sie ist unblockt, wir in den Schutz so einen Ninja rein, Yuriko oder irgendeinen anderen Ninja und können sie dann wieder ausspielen, ziehen wieder eine Karte und das immer wieder. Dann aus Throne of Eldraine haben wir den Brazen Borrower. Für 3 Mana, davon 2 Blaue, bekommen wir einen Fairy Rogue mit 3-1 Fliegen Flash und er kann nur Kreaturen mit Fliegen blocken. Das ist gar nicht das, worauf es uns ankommt. Wichtig ist hier tatsächlich der Adventure. Das ist eine Instant, für 2 Mana können wir eine Nonland Permanent zurück auf die Hand schicken und da der Brazen Borrower, wenn wir ihn durch einen Dschötsu austauschen gegen die Ninja Karte, wie er auf die Hand kommt, können wir die Instant wieder spielen und sie wieder auf Adventure schicken, was super super sweet ist. Unsere letzte Kreatur von den Nicht-Ninja Karten, die ich euch vorstelle, ist Tetsuko Omezawa Fugitif. Das ist ein 1-3 Human Rogue für 2 Mana, davon 1 Blau, der einen extrem starken Effekt für unser Deck hat. Kreaturen, die du kontrollierst mit Power oder Toughness 1 oder weniger, können nicht geblockt werden. Das gilt für fast alle unsere Kreaturen, außer die etwas stärkeren Ninjas. Bei meiner Playgroup ist es mittlerweile so, dass sie denken, wenn der liegt, oh oh, das Game ist gleich rum. Als nächstes kommen wir zur Butter im Deck, nämlich den Ninja, den Silent Killer. Wir fangen an mit dem günstigsten, aber vielleicht coolsten Ninja, der auf den ersten Blick gar nicht aussieht wie ein Ninja. Für ein schwarzes Mana haben wir ein 1-1 Changeling, der also auch ein Ninja ist und der nicht geblockt werden kann. Der kann zwar nicht blocken, aber dafür ist er nicht da. Als nächstes haben wir den Schädelschnapper. Für zwei Mana, davon ein schwarzes, haben wir 2-1. Immer wenn er Kampfschaden macht, können wir bis zu zwei Karten aus dem Friedhof von einem Gegner Exilien. Das ist ziemlich stark, wenn wir gegen Decks spielen, die irgendwie Graveyard Shenanigans betreiben. Hiermit können wir die aus dem Spiel nehmen. Das schöne ist, die Ninjas kosten fast alle mit ihren Ninjutsu Kosten 1 Mana weniger. In diesem Fall für ein schwarzes Mana können wir ihn gegen eine ungeblockte Kreatur austauschen, bekommen ihn aufs Feld, angreifend, ungeblockt und dann gibt es Damage. Dann haben wir den Mistblade Shinobi, auch gealtert. Für 3 Mana bekommen wir ein 1-1 Human Ninja, der, wenn er Kampfschaden macht, eine Kreatur zurück auf die Hand schickt. Das ist auch sehr stark im Commander. Die einen Schutz zu kosten sind sogar nur blau. Kenner der geheimen Pfade. Für 3 Mana haben wir hier eine Dame, die auch ein Ninja ist, mit 1-2. Sie hat den Effekt, immer wenn sie, sie zählt nicht für andere Ninjas leider, jemand einen Kampfschaden macht, können wir uns die Handkarten von dieser Person angucken. Ich mache das in der Regel sehr gerne, dass ich mit dieser Karte den Kontrollspieler in der Runde oder am Tisch angreife, um zu schauen, was hat die Person. Oder wenn ich irgendwie gegen Combo-Decks spiele, gucke ich, hat die Person schon irgendwelche Combo-Pieces auf der Hand, hat sie vielleicht irgendwelche Tutoren, um da schnell ranzukommen, damit ich weiß, was auf mich zukommt. Ein anderer sehr wichtiger Effekt, den sie hat, sie hat eine aktivierte Fähigkeit für 2 Mana, davon eins blau, bringen wir einen Ninja, den wir kontrollieren zurück auf die Hand. Das können wir aber nur während unseres Zuges einsetzen. Das hat folgenden Sinn. Wenn die auf dem Board ist, und Yuriko ist auch da, und wir sind in einer Position, wo wir nicht mehr durchkommen mit Yuriko, und wir haben unsere Ninjas schon alle reingenommen in den Shutsu, sagen wir, das wäre jetzt alles auf dem Board, dann können wir ganz einfach mit dieser Karte sagen, okay, für 2 Mana bounce ich mir Yuriko wieder auf die Hand, oder meinetwegen den Mistblade-Shinobi, greif mit meiner Kreatur mit Evasion an, Ninsutsu sie wieder rein, und das können wir so häufig wiederholen, wie wir wollen. Als nächstes kommt die Säbel-Syndikat-Naga, für 3 Mana kriegen wir einen 3-1-Ninja, der bis jetzt stärkste Ninja, den ich euch gezeigt habe, und hat dieselben Ninjutsu-Kosten, auch 3 Mana davon einen blaues. Wenn dieser Ninja Kampfschaden macht, bekommt ihr eine Kopie von diesem Ninja. Wenn diese Kopie von diesem Ninja Kampfschaden macht, bekommt ihr von der Kopie eine Kopie, und so weiter. Die Kopie kopiert sich. Hiermit gewinnt man Games, wenn die Karte immer wieder durchkommt. Das ist ziemlich gut. Dann haben wir eine Karte, die Legacy-Spieler wahrscheinlich kennen aus dem Ninja-Deck, den Ingenious Infiltrator. Mein persönlicher Lieblings-Ninja, weil in diesem Deck zieh mir viele Karte, und mit diesem Ninja auf dem Board zieh mir noch mehr Karten. Für 4 Mana davon, ein blaues, ein schwarz, bekommen wir ein 2-3. Bei Dalken-Ninja, der Ninsutsu für blau und schwarz hat, ziemlich günstig. Und er hat den Effekt, immer wenn ein Ninja Kampfschaden einem Spieler zufügt, zieh mir eine Karte. Stellt euch also vor, wir haben nur Yuriko und nur den Ingenious Infiltrator, die Kampfschaden machen. Dann haben wir durch die 2 Ninjas, die Kampfschaden machen, 4 Karten, die wir ziehen. Nämlich 2 durch Yuriko Trigger, 2 durch den Ingenious Infiltrator. Als nächstes haben wir den Shinobi der Okiba-Bande. Für 5 Mana davon, 2 schwarze, haben wir einen Ratten-Ninja, ziemlich cool, der für 4 Mana, ein schwarzes davon, rein Ninjutsu werden kann. Er hat den Effekt, wenn er Kampfschaden macht einem Spieler, muss dieser Spieler 2 Handkarten abwerfen. Eine Karte, die eure Gegner hassen werden, der gefallene Shinobi. Für 5 Mana, blau-schwarz, bekommen wir einen 5-4 Zombie-Ninja, der einer der stärkeren von Power-Toughness-Werten ist. Und er kostet für seine Ninjutsu-Kosten 4 Mana davon, ein blaues, ein schwarzes. Wenn der gefallene Shinobi Kampfschaden macht, decken wir die obersten 2 Karten der Bibliothek des Gegners auf, den wir damit gedamaged haben, und können die ins Exil geschickten Karten bis zum Ende dieses Zuges kostenlos wirken. Es gibt zumindest in meiner Playgroup nichts oder kaum was so verhasstes, wie wenn du Gegner mit den eigenen Karten zerstörst. Als nächstes haben wir Higure, der laue Bind, ein extrem starker Ninja. Für 5 Mana davon, 2 blaue, haben wir einen 3-4-Mensch-Ninja. Seine Ninjutsu-Kosten sind nur 4 Mana, eins weniger, mit 2 blauen. Und wenn er Kampfschaden macht einem Spieler, können wir uns egal welchen Ninja aus unserem Deck auf die Hand suchen. Damit nicht genug. Als wäre das nicht schon stark genug. Für 2 Mana können wir eine Ninja-Kreatur unblockbar machen. Das ist so stark. Den letzten Ninja, den wir spielen, ist Ink-Eye Servant of Oni. Für 6 Mana davon 2 Schwarze bekommen wir eine 5-4-Ratten-Ninja, der für die Ninjutsu-Kosten 5 Mana davon 2 Schwarze kostet. Immer wenn die Combat-Damage macht, können wir eine Kreatur aus dem Friedhof des Spielers unter unsere Kontrolle ins Spiel bringen. Super cool. Und zusätzlich kann sie sich für 2 Mana davon ein Schwarzes regenerieren, was auch manchmal richtig gut sein kann. Vor allem wenn wir in einer Position sind, wo wir auch mal ein bisschen blocken wollen. Welchen Ninja ich nicht spiele, den ich euch aber empfehlen würde, ist der Kopier-Ninja. Weil wenn der Gegner einen Dockside-Extortionist draußen liegen hat und wir haben 5 gegnerische Artefakte oder Enchantments, kann man damit infinite gehen. Das so als Neben-Note. Dann als nächstes kommen 2 Enchantments, die sich komplett um Ninjas drehen. Da haben wir zum einen die Arcana-Adoption. Für 3 Mana können wir einen Kreaturen-Typ bestimmen, sobald sie ins Spiel kommt. Und dann sind alle unsere Kreaturen, egal wo sie sind, Ninjas. Das ist super stark, um unsere kleinen, fliegenden und blockbaren Kreaturen auch zu Ninjas zu machen und mehr Yuriko-Trigger auszulösen. Als nächstes Conspiracy für 5 Mana, davon 2 Schwarze, haben wir das Ganze nochmal in Schwarz. Das ist exakt derselbe Effekt wie die Arcana-Adoption. Alle Kreaturen werden für Ninjas, aber nur unsere. Als nächstes kommt ein spannendes Deck, und zwar unsere Kontrollkarten. Denn wir wollen Chaos stiften. Wir sind Ninjas. Wir spielen für 2 Mana ein schwarzes Lilianas Triumph. Das ist ein Spontanzauber, der jeden Gegner eine Kreatur opfern lässt. Hätten wir n... das ist anderes egal, wir haben keinen Liliana-Blindswalker. Dann ebenfalls aus Seneca Rising. Man könnte meinen, ich werde dafür bezahlt, werde ich aber nicht. Ich finde die Karte nur super super sweet. Für 2 Mana Feed the Swarm. Sie hat den Effekt, dass wir eine Kreatur oder ein Enchantment zerstören können. Wir verlieren zwar Leben in Höhe der CMC, der zerstörten Karte, aber in blau und schwarz haben wir nicht viele Antworten auf Enchantments. Zumindest nicht viele dauerhafte Antworten. Außer wenn wir es nicht schaffen, eine wegzukontern, die gefährlich für uns ist, ist diese Karte absolut geil. Dann haben wir Soul Shatter. Für 3 Mana bekommen wir eine Sorcery, die jeden Gegner eine Kreatur opfern lässt mit den höchsten CMC von den Kreaturen, die sie kontrollieren. Das ist nicht immer die beste Kreatur oder wichtigste Kreatur, die sterben müsste. Auf jeden Fall ist sie um einiges stärker noch als Lilianas Triumph, in dem die Wahl komplett dem Gegner gelassen wird. Hier zwingen wir ihn immerhin die mit den höchsten Mana Kosten zu opfern. Dann ganz klassisch unsere Counter Spells. Als erstes unseren Counter Spell, auch gealtert. Für 2x Blue bekommen wir Counter Target Spell. Dann aberkennen. Nicht nur gut um Spells zu kontern für 3 Mana, 2 blaue. Sie kontert auch Triggered Abilities bzw. aktivierte Fähigkeiten, was manchmal auch sehr wichtig sein kann. Stellt euch vor, jemand spielt eine Emrakul und nehmt euch als Target. Dann seid ihr froh, wenn ihr das aberkennen könnt. Was auch sehr witzig ist, wenn euer Gegner einen Planeswalker Ulti aktiviert und ihr die dann kontert. Dann ein etwas teurerer Counter Spell für 6 Mana. Sublime Epiphany. Es ist eine Instant, in der wir mit verschiedenen Modi, in der wir ein oder mehrere wählen können. Wir haben zum anderen, du kannst ein Spell countern, du kannst ein Target Activated oder Triggered Ability countern, du kannst ein Non-Impermanent zurück auf die Hand schicken, du kannst eine Token Copy von einer deiner Kreaturen erstellen oder ein Spieler eine Karte ziehen lassen. Sehr sehr viel, was diese Karte kann. Die ist unheimlich vielseitig und beim Aufdecken macht sie halt auch noch 6 Schaden, was echt nicht zu unterschätzen ist. Dann den Klassiker, gegen den ich mich so lange gewehrt habe, weil ich diese Karte einfach nur stupid finde. Cyclonic Riff. Für 2x. Ihr wisst was die macht, wenn ihr die 8 spielt. Für 7 Mana die Overlord kosten. Ihr schickt alle gegnerischen Non-Land-Permanents zurück auf die Hand. Yay. Spaß. Nicht. Als nächstes haben wir Treachery. Für 5 Mana, 2 blaue können wir eine Kreatur entstanden und die kontrollieren wir ab dann. Aber weshalb ich die Karte spiel, ist noch der obere Effekt. Wenn ihr ins Spiel kommt, enttappen wir 5 Länder. Das heißt, wenn wir die 5 Mana erstmal haben, casten wir die quasi für free, wenn wir die 5 Länder im Spiel haben. Und für kostenlosen gegnerischen Commander zu klauen ist, also wenn das nicht Kontrolle ist, weiß ich auch nicht. Das waren unsere Control Spells, die was kosten. Jetzt kommen wir als nächstes zu den unseren Control Stack, den ich Free Stuff nenne. Free Stuff. Fangen wir an mit der klassischen Force of Will. Für 5 Mana, 2 blaue können wir irgendeinen Spell countern. Ziemlich teuer, macht aber immerhin 5 Schaden, wenn wir es mit Yuriko aufdecken. Aber wir können ein Leben bezahlen und eine blaue Karte von unserer Hand ab ins Exil und wir können sie kostenlos wirken. Ihr werdet merken, wenn ihr dieses Deck häufig spielt, dass eure Playgroup irgendwann euch immer fürchtet, zu jeder Zeit. Egal ob ihr tapped seid oder nicht. Sie werden jedes Mal denken, dass ihr irgendwelche Free Counter Spells auf der Hand habt, selbst wenn es nicht der Fall ist, was teilweise echt witzig sein kann. Dann spielen wir aus dem diesjährigen Commander Set Fierce Guardian Ship. Würde ich behaupten, ist mittlerweile auch eine Blue Staple geworden. Wenn wir unseren Commander kontrollieren, können wir ein Non-Creature Spell einfach so countern. Ist ein No-Brainer hier in so einem Deck. Misdirection. Für 5 Mana, davon 2 blau, können wir das Target von einem Spell auf ein anderes Target lenken. Misdirection können wir aber auch kostenlos casten, indem wir eine blaue Karte von unserer Hand exilen. Dann eine Karte, die ich super 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 cool finde, leider in der Praxis noch selten so gut war, wie sie in der Theorie ist, ist Kommandier. Für 7 Mana, 2 blau davon, bekommen wir die Kontrolle von einem Non-Creature Spell. Wir können neue Ziele wählen. Sagen wir, jemand overlordet einen Cyclonic Rift, der besagt, dass alle gegnerischen Online-Permanents auf die Hand kommen. Nope. Ich kommandier das jetzt mal und stattdessen kommen eure alle zurück auf die Hand. Kommandier können wir auch kostenlos für die Kosten von zwei blauen Karten, wie wir von unserer Hand exilen spielen, anstelle von den 7 Mana. In Yuriko ist es super wichtig, dass die Gegner mich zu jeder Zeit fürchten, ob ich ausgetappt bin oder nicht. Die Gegner sollen immer fürchten, dass ich irgendeinen starken, kostenlosen Zauber auf der Hand habe. Als nächstes Submerge. Für 5 Mana, davon ein blaues, können wir eine Kreatur zurück auf die Bibliothek ihres Besitzes legen. Das ganze können wir kostenlos casten, wenn irgendein Gegner einen Forest kontrolliert und wir ein Island, was in so gut wie jedem Commander-Game passieren sollte. Ebenfalls aus den Commander Ikoria Decks diesen Jahres erschienen ist Deadly Relic. Für 4 Mana ein schwarzes können wir einfach eine Kreatur exilen. Und das für kostenlos, wenn wir unseren Commander kontrollieren. Unser letzter Free Spell, den wir hier im Kit spielen, ist Umpusten. Für 4 Mana ein schwarzes können wir eine nicht schwarze Kreatur zerstören. Sie kann nicht regeneriert werden. Und kostenlos casten können wir es, wenn wir 4 Lebenspunkte bezahlen, anstelle der CMC der Karte. Außerdem müssen wir als Condition dafür einen Sumpf kontrollieren. Das war's mit unseren kostenlosen Kontrollzaubern. Als nächstes kommen drei meiner relativ neuen Hate Cards, die ich reingetan habe. Und ich bin mir sicher, wenn Leute auf diese Strategien spielen, werden sie sie hassen. Witzig. Da haben wir als erstes das Cursed Totem. Für 2 Mana können Spieler keine Kreaturenfähigkeiten mehr aktivieren. Das kann ganze Decks wie Krenko oder Keenan komplett lahmlegen. Dann als nächstes den Nullrot. Für 2 Mana können keine Artefakt-Abilities mehr aktiviert werden. Das heißt, euer Sollring tappt für gar nichts. Dann unter unseren Hate Pieces ist noch eine Kreatur versteckt und zwar der Notion Thief. Für 4 Mana, davon blau-schwarz, bekommen wir eine 3-1 Human Rogue mit Flash, der den Effekt hat, dass immer wenn ein Gegner eine Karte zieht, außer die erste in seinem Draw Step, ziehen wir die Karte stattdessen. Bedeutet, wenn der Gegner aus welchem Grund auch immer, zum Beispiel wegen eines Brainstorms, drei Karten zieht, wir den reinflashen, heißt es, wir ziehen die drei Karten. Das ist eine Karte, die kann für viel Salz unter euren Freunden sorgen. Während dieses Video gedreht wird, sind wir noch kurz vor dem Commander Legends Release. In Commander Legends gibt es zwei Karten, die ähnliche Effekte haben. Wir haben zum anderen eine Karte, die mit Flash reinkommt und Tutoren ausschaltet und wir stattdessen Tutoren aus dem gegnerischen Deck. Und die andere Karte ist ähnlich wie der Notion Thief, nur dass jedes Mal, wenn der Gegner eine Karte ziehen würde, wir stattdessen einen Treasure Token erhalten. Diese ganzen Karten in Kombination können schon richtig, richtig eklig sein. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist es in dem Yuriko Deck sehr entscheidend, dass wir die oberste Karte unserer Bibliothek manipulieren können oder die Informationen bekommen, was oben liegt. Für diesen Fall sind Karten drin wie Scroll Rack. Scroll Rack, ebenfalls eine Karte, die in Commander Legends reprintet wird, weil ich sie super cool finde, damit die nicht mehr so teuer ist. Für zwei Mana ist das ein Artefakt, was für ein Mana tappen kann. Wir legen Karten aus unserer Hand, sagen wir, wir haben sieben Karten auf der Hand, drei Stück legen wir beiseite, so viele wie wir wollen und ziehen so viele wie wir beiseite gelegt haben auf unsere Hand nach und die beiseite gelegten Karten legen wir oben in einer beliebigen Reihenfolge auf unser Deck. Stellt euch vor, wir haben eine Karte mit 16 CMC auf der Hand, was wir im Deck tatsächlich spielen und können jede Runde durch Scroll Rack diese Karte oben auf unser Deck legen. Das heißt, jede Runde kriegen die Gegner durch diese Karte 16 Schaden. Oder noch mehr, wenn wir noch mehr Ninja Trigger haben. Extrem starke Karte. Dann haben wir Eyalimduels Cruft. Für Blau und Schwarz können wir uns die obersten fünf Karten unserer Bibliothek anschauen und die beliebige Reihenfolge zurücklegen. Wir können ein Mana bezahlen, um das Ganze um diese fünf Karten unter die Bibliothek zu legen und das Ganze zu wiederholen. Das können wir dann so häufig machen, wie wir wollen, bis wir die perfekten oder halbwegs gute fünf Karten oben liegen haben. Dann, weil unser Commander Deck sowieso fast wie ein Legacy Deck ist, spielen wir natürlich auch die beste Legacy Karte Brainstorm. Für ein blaues Mana ziehen wir drei Karten und legen Karten oben auf unsere Hand. Nur anders als im Legacy legen wir keinen Schrott obendrauf, sondern die Karten, die wir auf der Hand hatten, mit den höchsten Converted Mana Kosten. Unsere letzte Karte, mit der wir die oberen Karten manipulieren können, Senseis Divining Top oder Weissagekreisel der Senseis. Aligattro Sensei. Für ein Mana bekommen wir ein Artefakt, mit dem wir für ein Mana uns die obersten drei Karten anschauen können und sie in einer beliebigen Reihenfolge zurücklegen können. Dann können wir sie jederzeit tappen und austauschen mit der obersten Karte auf unserer Bibliothek. Super cool, wenn du jede Runde die obersten drei Karten anschauen kannst, die beliebiger Reihenfolge zurücklegen kannst. Auch ziemlich cool, um nachzuschauen, ob nur Blödsinn oben drauf liegt. Sagen wir, oben liegen nur Länder oder sowas. Und wir haben uns noch ein Fetchland übrig gelassen, dass wir dann, wenn wir diese Informationen haben, einfach fetchen und das ganze Zeug noch mal mischen. Neue Runde, neues Glück. Nun kommen wir zu uns, unserem Tutoren Package. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist es umso stärker, je mehr Karten wir haben, wo wir uns gezielt bestimmte Karten auf das Deck legen können oder auf unsere Hand. Dafür haben wir Shimming Symmetry. Die erlebt gerade einen heftigen Hype wegen der in Commander Legends gespoilerten schwarzen Anti-Tutoren-Flashkarte. Für ein schwarzes Mana können wir uns zwei Spieler aussuchen. Das heißt, es ist eine ganz nette Karte, gerade in EDH, mit der wir ein bisschen Politics betreiben können. Jeder von diesen Spielern legt sich eine Karte aus dem Deck oben aufs Deck. Quasi für zwei Spieler ein vampirischer Tutor nur ohne die zwei Schaden. Dann, wo wir ihn gerade schon erwähnt haben, den vampirischen Tutor. Für ein Mana suchen wir uns eine Karte aus unserer Bibliothek und legen die oben drauf. Dann verlieren wir zwei Leben. Der entscheidende Vorteil und extrem coole Vorteil zur Shimming Symmetry ist, dass wir das auf Instant Speed machen können. Das heißt, unser Yuriko Trigger kommt auf den Stack. Wir schmeißen den vampirischen Tutor rein und legen uns, was auch immer, unser Recht ist oben auf die Bibliothek. Als nächstes der mystische Lehrmeister. Für ein blaues Mana können wir irgendeine Instant oder Sorcery von unserem Deck auf die Bibliothek legen. Auch in Instant Speed möglich. Ziemlich gut. Dann den Klassiker unter den klassischen Klassiker-Tutoren. Für zwei Mana haben wir den Dämonic Tutor in Judgefoy. Wir suchen uns irgendeine Karte aus unserer Bibliothek, nehmen die aber auf die Hand, nicht auf die Bibliothek. Dann einen Tutor, der hier in dem Deck Sinn macht, weil wir beim Diabolic Intent für zwei Mana ein schwarzes, als zusätzliche Kosten eine Kreatur opfern müssen. Das ist in fast jedem Fall Yuriko. Weil wir profitieren dadurch, dass Yuriko vom Feld wieder auf die Command Zone kommt, weil wir sie dann wieder rein in Jutsung können. Wir bringen dadurch dann vielleicht wieder zum Beispiel ein Baleful Strix oder ein Brazen Borrower zurück auf die Hand, um nochmal von ihren Abilities zu profitieren. Ansonsten ist der Effekt der Karte derselbe wie von Dämonic Tutor. Eine Karte auf die Hand aus der Bibliothek. Zu guter Letzt kommen Spells, die vor allem wegen ihren Mana Kosten drin sind, um richtig viel Schaden zu machen, aber gleichzeitig noch uns nützliche Effekte bringen. Wir haben als erstes den strömenden Mechakoloss. Für sechs Mana erhalten wir eine 5-6 Konstrukt-Kreatur mit Flash, die, wenn sie ins Spiel kommt, uns eine Instant-Karte aus unserem Friedhof kostenlos wirken lässt. Das heißt, auch wenn ihr denkt, ihr habt keinen Konterzauber mehr, solange einer im Friedhof liegt, habt ihr hier einen ziemlich coolen, der gleichzeitig euch auch noch einen überraschenden Blocker aufs Feld geben kann. Da ein Removal im Friedhof, den ihr als Target nimmt und nochmal kostenlos wirken könnt. Sechs Mana ist uns aber noch viel zu low, deswegen gehen wir höher mit Temporal Mastery. Für sieben Mana, davon zwei blaue, bekommen wir hier nach dem Zug einfach noch einen zweiten. Das coole ist, falls wir die nicht durch Yuriko Trigger ziehen, sondern als normale Karte im Draw Step, können wir für die Miracle Kosten für nur zwei Mana einen extra Zug nehmen. Was ziemlich cool ist. In manchen Fällen macht es Sinn, die gesamten sieben Mana in dem Zug einfach nur zu investieren, um einen extra Turn zu nehmen, um nochmal mit irgendwelchen Ninjas durchzukommen und nochmal extra Schaden zu machen und nochmal extra Karten zu ziehen. Dann haben wir Treasure Cruise für acht Mana. Ein blaues haben wir eine Sorcery, die uns drei Karten ziehen lässt, denn obwohl wir so viele Karten ziehen, wird es Spiele geben, in denen wir durch Must Removal alles vernichtet bekommen. Und dann ist es gut, wenn wir Card Draw Spells haben, die uns auch ohne Kreaturen Karten ziehen lassen. Das Schöne an diesem Spell ist, hier haben wir eine Cost Reduction im Spell, nämlich durch Delft. Das heißt, wir können Karten aus unserem Friedhof exilen, um sie für jede exilte Karte aus dem Friedhof ein Mana günstiger zu machen. Das heißt, für ein Blaues Mana drei Karten ziehen, das nehme ich gerne. Dann haben wir ähnliche Karte, Dig Through Time für ein Mana mehr. Das heißt, hiermit würden wir mit Yuriko Trigger acht Schaden schießen. Haben wir eine Instant, die uns die obersten sieben Karten anschauen lässt. Und wir können zwei davon aussuchen und auf die Hand nehmen. Hat auch Delft, kann also im günstigsten Fall für zwei Blaue Mana gespielt werden. Jetzt kommen wir zu den spannenderen Zahlen. Elf Schaden haben wir mit zeitlichem Übergriff. Das ist eine Hexerei mit Wühlen, also mit Delft auch, die wir im günstigsten Fall für drei Blaue Mana spielen können. Und die hat den Effekt, dass wir einen extra Turn erhalten und dann wird sie ins Exil geschickt. Unser letzter und höchster Spell. Meines Wissens, die höchste CMC Karte in Guns Magic. Die spielen wir natürlich. Draco. Für 16 Mana bekommen wir eine Kreatur, die vollkommen egal ist, weil wir die niemals ausspielen werden können. Aber wir haben eine Kreatur oder eine Karte im Deck, die 16 Schaden machen kann. Das war unser Deck-Tag. Ich würde euch gerne jetzt noch ein paar Interaktionen zeigen, die man mit dem Deck machen kann und was ich persönlich so an diesem Deck liebe, warum es mein erstes Deck war und warum ich dieses Deck niemals auflösen werde. Ich möchte euch jetzt erstmal eine sehr coole Interaktion mit vampirischen Tutor, Draco und Brainstorm zeigen. Als Beispiel hierfür nehmen wir, dass Yuriko auf dem Board ist und noch ein anderer Ninja. Die greifen beide jemanden an und kommen durch, sind ungeblockt und machen Combat-Damage. Es gehen also zwei Trigger von Yuriko auf dem Stack und zwei von dem Ingenious Infiltrator in diesem Beispiel, die aber jetzt für hier egal sind. Uns kommt es jetzt auf die beiden Yuriko-Trigger an. Wir machen folgendes, wir lassen hier auf eine Stack gehen und spielen dann, bevor überhaupt einer von den beiden Resolved wird, den vampirischen Tutor auf Instant. Wir tutoren uns Draco oben auf Stack und haben Brainstorm noch in unserer Hand. Der vampirische Tutor ist im Friedhof. Wir lassen den ersten Yuriko-Trigger Resolven. Boom! Ihr kriegt alle 16 Schaden. Bevor der zweite Yuriko-Trigger Resolved, ausgelöst durch den anderen Ninja, der Schaden gemacht hat, spielen wir unseren Brainstorm of Instant Speed. Gum gum gibt dum dum. Ziehen drei Karten nach, legen zwei Karten aus unserer Hand, in der sich jetzt Draco befindet, wieder auf unser Deck und Draco legen wir natürlich dabei ganz nach oben. Das heißt, mit diesen beiden Yuriko-Triggern haben wir gerade allen Gegnern 32 Schaden gemacht. Das heißt, wenn wir Early im Game wären, dann wären das jetzt nur acht Leben für alle Gegner bzw. die Personen, die wir angegriffen haben mit unseren Ninjas, hätten in dem Fall noch mehr Schaden. Das sind Züge, die kommen gar nicht so selten vor. Deswegen ist es wichtig, dass man diese Interaktion auch erklärt. Als nächstes möchte ich euch, ich sag mal, ein wenig dafür sensibilisieren, dass man in diesem Deck nicht immer gleich spielen kann. Wir spielen viele Tutoren und so weiter und wir müssen schauen und es muss wichtig sein, dass wir die Decks der Gegner verstehen. Dass wir verstehen, was die Gegner machen wollen, was ihre Strategie ist, was ihre Keykarten sind, ihre wichtigsten Stücke auf dem Board und wer vielleicht starke Karten auf der Hand haben könnte. Für dieses Beispiel habe ich Higure, der laue Wind, rausgelegt. Er lässt uns Ninjas rauszutoren auf die Hand aus unserem Deck, wenn Ninjas Combat-Damage machen. Deswegen holt euch nicht immer zum Beispiel Ink-Eyes, weil ihr es saukool findet, dass sie sechs Mana kostet und ihr gegnischere Kreaturen wiederbeleben könnt aus dem Friedhof. Macht halt keinen Sinn, wenn keiner irgendwelche krassen Kreaturen im Friedhof hat. Holt euch vielleicht, weil ihr wenige Karten auf der Hand habt, den Ingenious Infiltrator wieder auf die Hand, um nochmal mehr Card Draw zu haben. Oder es gibt Kreaturen mit Indestructible, die zum Problem werden. Holt euch den Mistblade Shinobi, um die Kreatur auf die Hand zu schicken. Oder wisst ihr vielleicht, Gegner spielen auch mit Top-Deck-Mund-Manipulation auf ihren Decks und haben extrem starke Karten obendrauf liegen. Perfekt. Tutert euch den gefallenen Shinobi. Passt euren Spielstil immer euren gegnerischen Decks an. Das ist super wichtig. Was ich auch gemerkt habe im Laufe der zwei Jahre, in denen ich das Deck jetzt spiele, ist, manchmal wird man zu Creedy, weil man zu schnell zu viel Damage machen möchte. Was ich damit meine ist, dass ich häufig mein Mana dafür ausgebe, um noch schneller noch mehr Schaden zu machen, anstatt mir Mana zurückzuhalten, um eventuell kontern zu können, um mich zu safen. Oder aber, um mir mit Tutoren dann doch lieber kostenlose Konterspelles wie Force of Will zu holen. Das hat mir schon manchmal den einen oder anderen Sieg gekostet. Eine besondere Stärke, die man schnell übersehen kann, wenn man diesen Commander nicht kennt, ist folgendes, dass das Commander Ninjutsu eine Fähigkeit ist. Das bedeutet, wir casten Yuriko in den seltensten Fällen. Wir holen sie immer durch ihre Fähigkeit. Was bedeutet, wir umgehen damit etwas, womit fast alle anderen Decks zu kämpfen haben. Nämlich, für jeden Cast des Commanders innerhalb des Spiels bezahlen wir zwei zusätzliche Mana. Mit Yuriko bezahlen wir immer nur zwei Mana. Ihr werdet merken, dass das ein Grund ist, dass die Gegner sich scheuen, Yuriko zu removeln und Karten dafür zu verschwenden, sie wegzubekommen, weil sie sich denken, wow, nächste Runde kommt sie für zwei Mana oder vielleicht sogar in derselben Runde für zwei Mana wieder. Und die meisten Spieler sind nicht bereit, dafür eine Karte aufzuwenden. Aus diesem Grund macht es uns nichts aus, für zum Beispiel Diabolic Intent als zusätzliche Kosten Yuriko zu opfern, weil wir bezahlen trotzdem nur die zwei Mana für die Commander Ninjutsu, um sie wieder ins Spiel zu bekommen. Eine andere Karte, die ich längere Zeit gespielt habe, die auch sehr stark ist, die ich euch empfehlen kann, ist Attrition. Das ist ein Enchantment, mit dem ihr für ein schwarzes Mana eine Kreatur opfert, um eine Non-Black Kreatur zu zerstören. Das heißt, ihr könnt jede Runde Yuriko opfern, irgendwas auf dem Feld zerstören und die nächste Runde wieder rein in den Jutsu. Ich habe sie rausgenommen, weil wir in unserer Blade Group sehr viel Schwarz haben und deswegen war sie häufig eine tote Karte, weil ich keine Targets dafür hatte. Zum Thema Tutoren. Auch wenn Yuriko The Tiger Shadow extrem schnell viel Damage kloppen kann, spielen wir in erster Linie kein typisches Akkodeck. Ihr wollt eure Blaze anpassen, eher reaktionär zu spielen. Das bedeutet, haut eure Tutoren im Early Game nicht zu früh raus, um euch zum Beispiel Scroll Rack rauszusuchen, um so schnell wie möglich viel Schaden zu machen. Es endet häufig da drin, dass ihr das Game verliert. Sucht euch stattdessen Karten, die der Situation entsprechend sind. Behaltet die Tutoren eine Zeit lang auf der Hand, bevor ihr sie ausspielt. Sind irgendwelche Gegner zu krass oder zu stark, irgendwelche Token, Strategien, holt euch einen Cyclonic Rift auf die Hand, anstelle von irgendwelchen Karten, wodurch ihr schneller Schaden macht. Braucht ihr einfach eine extrem gute Karte für viel Value, holt euch Sublime Epiphany raus. Oder wenn ein Gegner zu gefährlich wird, nehmen wir mal zum Beispiel aus meiner Playgroup ein Vito, der Karten hat, mit denen er sofort das Game endet. Holt euch ein Treachery und holt euch den Vito einfach auf euer Board. Oder es gibt auch Enchantments, die dieses Deck komplett lahmlegen. In manchen Fällen wisst ihr nicht, hat der Gegner diese Karten im Deck? Hat er Zugriff da drauf? Deswegen spart euch die Tutoren, um für kritische Game States Lösungen zu finden. In dem Fall von dem Enchantment Feed the Swarm. Das ist meine letzte Weisheit von Sensei zu Schüler. Hoi! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin offen für Anregungen. Das war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht ein paar Leute gibt, die das hier gesehen haben und denen ich Lust auf dieses Deck machen konnte. Ich kann euch eins versprechen, es ist ein sehr vielseitiges Deck. Es macht sehr viel Spaß. Es ist perfekt für euch, wenn ihr mögt, viele Kreaturen zu spielen, die unblockbar sind, die die Gegner meistens nicht blocken werden können. Wenn ihr ein Deck spielen wollt, was auf fast alles eine Antwort hat und ein Deck, was halt einfach nur stylisch ist, weil ihr einen Haufen Ninjas spielt.